Die Weisheit der Eule, die Welt ist ihr Zeuge, über dir die Eule, denn sie beschützt dich, über dir die Eule, keiner wird blöd blöd. Das sieht doch gut aus für mich. Erstmal einen Schluck hier Energy Rocket nehmen. Oh, da ist hier der Kampfschrei der Eule. Ja, da lasse ich mich mal überraschen hier. Ja, hatte ich gerade gehabt. Ich glaube, ich nehme mal hier, um die zu ärgern. Ach, verdammt, da ist dieser Schnee, den möchte ich nicht. Ach komm, ich will mal hier Spezi-Bonus. Finde ich immer geil Spezi-Bonus und von daher... Oh, da ist auch schon der erste Schnipper. Ja, wacke... Ich dachte, ich hätte den erwischt. Aber nein, und er steht auch nur da rum und gammelt sich da ein am Sack. Ja, guck mal hier, der erste ist doch schon wieder weg. Ich glaube... Ah! Nein! Ja! Oh, nein! Warum das denn? Ich hatte doch schon drei Sachen. Ja, oh! Ich habe doch da wieder blöd geguckt, Mann. Wie gibt es... Oh! Ja, guck mal hier, gut erholt. Jetzt geht das ab. Jetzt geht das ab. Ich laufe jetzt hier und den hole ich mir. Attentäter, guckst du? Lan! Da oben ist einer. Na, woher da? Bist du deppert, Alter, auf das Auto? Das kann doch nichts dafür, wie ich so schlecht bin hier. Komm. Da habe ich einen. Komm, den hole ich mir jetzt. Ja, Attentäter, komm hier. Ihr seht doch keiner. Ich bin doch unsichtbar. Komm hier und du lass ihn in Ruhe, Mann. Der hätte nichts getan. Ich wusste es. Ich wusste, der kommt... Na, warum mache ich es dann? Ist doch kacke, du. Da ist einer. Oh, nein, 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 nein. Jetzt weiß ich nicht, wie ich langlaufen soll. Egal, hier Grenado rein. Und von hinten war ja, wie in den anderen Sachen auch immer. Komm, hier nochmal Grenado. Der ist unten drin. Der Kammeltag, pass auf. Wo ist der? Nee, der ist oben. Und von hinten kommt einer. Ja, jetzt aber zackig. Hier ist einer. Ja, ja. Komm hier, gut erholt. Ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin. Da sind doch Leute, da sind doch Leute. Ja, genau. Ich kriege gar keinen ab hier. Komm, lass mich runter. Hier ist doch einer gleich. Den. Ey, wieso sind da noch ein... Gibt es die nur im Doppelpack hier, die Lommels? Oder was ist das jetzt hier? Achso. Ey, ich glaube es, wieso kriegt eigentlich jeder so einen verdammten Kill mit der Granat hin und ich nicht hier. Ich bin immer der, der... Ihr fickt euch alle. So, das habe ich auch einen von hinten. Nein, in der anderen Ecke war auch noch einer. Der ist irgendwie oben. Der geht, glaube ich, runter. Also, der holte sich den schon, hoffentlich. So, hier gibt es gleich einen Granatenkill. Pass auf. Doch nicht. Die sind irgendwo hier oben. Wie komme ich denn da hin? Ach, hier. Nein. Ach, Mensch. Komm, hier. Die sind jetzt oben drin. Pass auf. Jetzt hier. Ja. Bin ich tot? Nein. Ich warte mal ein bisschen hier. So. Da legt er sich hin. Ach, jetzt war ich doch gerade hier. Guck mal hier. Es ist doch immer besser. 14, 15 Leute hier. Sind ich gerade? 10, 16? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann stehe ich da oben so 19, 7 oder sowas. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Also, für meine Verhältnisse, für meine Spielerfahrung bei dem MW3 geht das vollkommen klar. Hier, Meisterabschüsse höherrangiger. Ja. Toll. Ja. Meiste Explosion überlebt. Ja. Kommen mir nicht so vor. Egal. Bleibe ich drin? Hör ich auf. Mach ich weiter? Ach komm, wir gucken mal hier. Wenn wir die, glaube ich, noch zusammen kriegen, dann mach ich doch gleich noch eine Runde hinterher. Guck mal erstmal Kippsche an. Außerdem, Frau Eule hat immer noch nicht angerufen. Deswegen bleibt mir noch etwas Zeit. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Guck mal hier. Ja. Habe ich mir nicht gemerkt. Ich weiß es nicht. Sind wenigstens die Guten gegangen? Ja. Ähm. Jo. Hm. Ja. Hier Outpost. Ich liebe Schneemaps. Outpost, Leute. German Killer. Klappe halten. Schwimmwurz. So. Komm. Ist jetzt hier Outpost angesagt? Jawollo. Jawollo. Dann machen wir die Runde doch auch noch. Komm, den können wir schnell noch schlumpsch halten. Ha ha. Vielleicht mal ganz schnell, wer ist da wild. Aber ganz schnell, wer ist da wild. Miss, Miss Rosteck. So. Spiele beginnt in, jetzt. Vor allem, endlich geht das mal schnell weiter hier. Man muss nicht irgendwie fünf Stunden warten, bis es endlich mal los geht. Oder man kann irgendwie nochmal schnell weit zu essen kochen. Wie bei Ghosts. Hier geht's schon los. Hm. Ja. Dann nehme ich doch das mal mit hier. Vielleicht kriegen wir so einen Luftschlag und so ein anderes Ding da. Wie heißt das hier? EMP habe ich, glaube ich, eingepackt. Ich werfe hier, warte mal, ich bin mal ganz braun. Ich werfe mal hier Grenado hin. Da ist bestimmt irgendein Lümbler schon. Nein, noch nicht. Egal, noch einen hin. Oh, da hat schon was geschossen. Da hat schon was geschossen. Ich geh mal weg. Hier wird mir zu sehr geschossen. Hier ist einer tot. Keine Ahnung, von wo der kommt. Sicher von hier. Ja, guck, guck, durch das... Ey! Da war noch einer. Ich dachte hier schön... Äh! Schön lecker hier aus der Hüfte raus. Ja, ja, ja. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Du bist hier ums Eck rum. Ich seh dich, Kollege. Oh, hier, warte mal. Hier muss ich längs laufen. Und dann kommen die nämlich... Wo ist er? Hier, komm. Komm raus. Komm raus. Oh, jetzt klappt er mit den Kill. Ja, aber die Granate. Nein! Egal, hat die markiert. Ich weiß, wo du bist. Da ist einer längs gelaufen. Da ist einer. Ach, Mensch. Fängt ja schon wieder so scheiße an, du. Wo ist die? Kann ich die sehen? Gehe ich die runterholen? Ja, da. Das war ganz schnell weg hier. Aufklärungsrunde in Bereitschaft. Wiederhole auf. Aufklärungsrunde online. Da sitzt der dahinter. Und ich... Ich wollte ihn noch holen. Da. Äh. Warum? Ist er nicht tot? Warum hab ich hier nicht gekriegt? Wo ist er? Ja, guck mal hier. Hier, äh. Oh, nee. Nö. Wo ist die andere? Jetzt ruft Frau Eule an. Jetzt ruft Frau Eule an. Wo ist er? Nein! Taktikeinstieg. Verdammt. Jo. Ja. Ja, ich bin hier gerade am Live aufnehmen. Du bist jetzt quasi live mit dabei. Ja. Ja, mach ich. Ja. Okay. Ja. Alles klar. Okay. Bis gleich. Ciao. So. Ich wurde aufgehalten. Egal. Jetzt geht's weiter. Ich bin jetzt vollkommen hier... ...relaxed am Stissel hier. Kommt mal hier da. Granado hin. Der kommt gleich irgendwo hier raus. Ja. Mal hier, siehste. Pass auf. Den anderen hol ich auch noch hier. Zack. Was hab ich gesagt? Ich bin so blöd, Alter. Ich... ...hab nicht drauf geachtet. Ich wollte doch hier so... ...ich wollte so ein Ding dann doch holen. Hier. Menno. So, Granate hin. Ja. Kollege, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Noch einer. Auflehrung ohne All-Live. Ach. Was mach ich denn da? Was macht er denn da? Der springt da einfach hoch und schießt. Ist ja nicht zu glauben. Ne, ich lauf hier lang. Weil da ist einer. Er hier. So, komm. Jetzt kann ich doch... Das könnte klappen vielleicht. Ja, aber ja klar. Das erwischt doch immer mich. Das erwischt doch immer mich hier. Komm schon, gib mir dafür einen Punkt. Ach, da ist so ein Geschütz noch. Nein. Ach, Mensch. Guck, der wartet, bis ich... Was ist das überhaupt für ein Ding? Das ist doch kein Geschütz. Oh, keine Ahnung, was das ist. Ich hab keine Ahnung. Ja, Leute. Ihr habt's gerade gehört. Ich muss Frau Eule abholen. Und... Das werde ich jetzt auch einfach mal tun. Ja, es war jetzt ein bisschen hektisch zum Schluss, aber... Ich denke, das hat euch bestimmt auch gefallen. Ja, wie immer, schreibt's drunter, wenn's euch gefällt. Schreibt's auch drunter, wenn's euch nicht gefällt, was ich verbessern kann. Und... Ja, wenn nicht, dann... Habt ihr halt Pech gehabt. In dem Sinne... Ciao.